Zehn Jahre Konzeptwerk, das sind für uns zehn gute Gründe zum Feiern, zum Innehalten und auf unsere Arbeit zu schauen. Wir kämpfen für eine Klimapolitik, die globale Gerechtigkeit anstrebt. Dafür entwickeln wir Konzepte, organisieren Veranstaltungen wie die Degrowth-Sommerschulen auf Klimacamps, vernetzen uns und veröffentlichen Analysen, zuletzt zum Koalitionsvertrag der neuen Regierung. Klimagerechtigkeit und den 1,5-Grad-Pfad können wir alleine mit ökologischer Modernisierung nicht erreichen und damit auch nicht mit der Klimapolitik der Ampel. Stattdessen brauchen wir einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Hilfe uns weiterzumachen. Spende jetzt fürs Konzeptwerk oder noch besser, werde Förderin und unterstütze uns regelmäßig. Danke!